Noch nie ist über eine Geiselnahme in der Bundesrepublik derart ausführlich berichtet worden. Zum ersten Mal wurden Millionen Menschen Tag für Tag Zeuge eines Kapitalverbrechens. Mein eindringlicher Appell an Sie, bis zur Festnahme der Geiselnehmer, über diese Dinge nicht zu berichten. Weiter, 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 weiter. Die Situation ist weiterhin angespannt. Die Geiselgangster haben in Bremen einen Linienbus in ihre Gewalt gebracht. Die unbekannte Frau, die bei den Gangstern ist, soll ebenfalls bewaffnet sein. Es ist ein makabres Dokument, das wir Ihnen zeigen wollen. Ihr hört ihn mir im Gefängnis, ihr hört den Friedhof! Während der ganzen Geiselnahme hat die Polizei wirklich nicht immer den Eindruck gemacht, als ob sie Herr der Lage wäre. Das war ein Kino, oder? Ja, so ungefähr.